Ja moin, Luke hier. Das ist eine Stream-Aufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video! Kurze Zeit später versammeln sich Thrull, Rexxar und die Krieger der Horde an der Küste, um ihren letzten Angriff auf die Bastion des Großadmirats auf der Insel Terramor zu planen. Naja, noch ein Angriff, oh no. Die Krabbe da. Ich wünschte, dass alles wäre nicht passiert. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut vergossen, Jaina. Als Verbündete haben wir unzähligen Gefahren getrotzt. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weiß, Thrull. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Goblin-Hafen, der für euch Kriegsschiffe bereitstellen kann. Damit könntet ihr die Blockade um Terramor durchbrechen. Aber verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch einzusetzen. Aber wenn das vorbei ist, werden sie meine einzige Familie sein. Bitte. Tut es für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und jetzt zieht ihr euch besser zurück. Bald beginnt die Schlacht. Unsere Truppen sind bereit, weil. Jetzt oder nie. Ihr habt das Kommando, Rexha. Wir treffen uns in Terramor. Oh, oh. Ist das jetzt wieder ATS oder was? Ah, nee. Okay. Moment. Merkt. Noch kein Video hochladen. Nebenbei. Die Internet. Nee, warte. Hallo 6. Bang. Okay. Fängt an mit einem Nicht-ATS-Part. Ich hoffe, das bleibt so, weil die Kampagne spiele ich ja auf normal. Und ich bin halt scheiße in ATS. Wo-Craft 3 ist nicht gerade leicht. Ähm, Misha. Misha tankt richtig krass. Jungs, greift. Ich habe doch gesagt, greift den an. Was ist mit euch? Misha ist tot. Erlebt Misha wieder. Bang. Schöne holen wir den weg. Alter Falter. Bang. Könnt ihr mal den finishen? Danke. Und jetzt den Turm hier. geht mal zurück. Haut mal das weg. Jetzt haut die Jungs hier weg. So. Bang. Bang. Tschüss. Bang. Okay. Jetzt haben wir es. Um. Hier ist noch so ein... noch eine Kaserne. Okay. Alter. So. Tschüss. Die Verhexen. Misha, ho up. Geht zurück. Wie schnell produzieren die denn bitte? Die Lappen, ey. Mach den mal weg. Bang. Wir stehen genauso, dass der Sturm uns nicht trifft. Hehehe. Nice. Jetzt. Ist noch irgendwer. Hau nochmal weg. Tschüss. Okay. Jetzt haut ihn weg. Nein, verhext den mal. Jawoll. Ihn. Beide heilt, glaube ich. Häh. Kern ist aufgesch... Äh. Ne, doch. Das ist Kern, ne? Ja. Kern ist aufgestiegen. Hier. Der ist noch. Ey, wie viele... Junge. Haut den weg. So. So. Kern. Nein. Oh Gott. Okay. Jetzt magie-immun natürlich. Misha ist tot. Immer noch immun. Bang. Ey, Junge. Wie lang sind diese scheiß Bubbles, Mann? Oh Gott. Oh Gott. Na klar. Er heilt ihn. Halt ihn weg. Dann ihn. Und jetzt haut ihn weg. What? Da ist er weg. Da ist er weg. Mein Gott. Oh ja, jetzt hat er wieder Bubble. Klar. Hey. Nein. Hau dir weg. Ihr wollt. An den. Ah. Sure. Ich handle instinktiv. Hat immer noch die Bubble. Jetzt nicht mehr. Sand ihm. Und tschüss Junge. 100 EP. Junge, 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 Junge. Ich habe wiederum aufgenommen. Krass. Ich wandere allein. Den. What? So. Dang. Den instannen wir direkt. Den werden wir One-Shotten. Okay. Da ist der Goblin-Hafen. Ähm. Okay. Alright. Puh. Wow. Da geht's noch weiter. Das ist nicht euer Ernst. Wie Zeug ist denn hier bitte? Nee, 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 nee. Erstmal den hier. Komm weg. Auch noch ein Turm. Klar. Ja, den Turm weg. Okay. Alright. Hier haut man das weg. Junge. Alright. Ah. Der Goblin-Hafen, von dem Jaina gesprochen hat. Hier können wir Kampfschiffe anheuern, um die Blockade zu durchbrechen. Er senkt die Schiffe. Okay. What? Okay, wir haben auf einmal... Why? Ey. What the fuck? So, wirf ihn ab mit deinem Hammer. Tschüss. Bang. Okay. Bang und bang. Das war der letzte Gegner. Bang. Okay. Ich will hier alle Türme weg haben, ey. Ja, ich weiß. Wir werden angegriffen. Also, ja. Hm. So, einmal Misha Neugiercaster, damit die full life ist. Okay. Will ich hier alle Häuser weg machen? Nee, nur kommen. Nur die hier rum... rumstehen. Ich dachte schon, der eine ist stuck. Das sind Ork-Kampfschiffe. Das sind Ork-Fregatten. Können wir irgendwo rein? Eine Beute naht. Ach, das sind alles... Okay. Wir können kein... Hä? Wir können nichts kaufen? Really? Wir müssen jetzt einfach mit den Schiffen rumfahren? Okay. Was ist hier? Glyphe der Allwissenheit. Das... Macht die gesamte Karte sichtbar. BTF? Okay. Okay. Hier ist noch ein Shop. Moment. Den erstmal kaputt machen hier, den Turm. vor wie mit der... mit den... ähm... Booten da langfahren. Kärner und Level up. Äh... Nach dem Tod wird der Tauren-Häubling wiederbelebt. Oh. Oh, okay. Entfesselst meine Kraft. Mh? Unsere Wege kreuzen sich. Häh? Freutiger Kläffer. Mh? Mit Fangenen und Klauen. Mh? 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 dieser alte schädel eines frostbildes mit griffen versehen wird die rüstung um zwei verlängert sein verringert seinen erlittenen magie schaden und des angriffs wird die beweglichkeit ok ok und die weg wenn dann nicht mehr machen als das ja okay ist klar fokus die direkt weg aber wir kriegen neue kampfschiffe okay dann ist okay und dauert zeit nur länger ja hallo ich hab doch noch nicht ach das ist ein transportschiff wir haben ein transportschiff alles klar manchmal drei das vier so und die weg hallo fahrt doch hier lang ist mit euch ich glaube ich lasse es einfach mal töten sterben eigentlich damit wir eins mit full life kriegen hoffentlich nicht aber jetzt ein problem liege hier hin naja ane kein problem ok im nee alter was haben die für eine range einmal hier haut die kleinen gyrokopter viecher weg bitte schnell und ja toll tot tot haut sie weg jawohl bang nächstes irgendwelche fähigkeiten doch und sie angreifen söldnerlager wie nah fahrt ihr denn es ist so dumm weg weg moment entladen wir hier die jungs zum söldnerlager wenn wir hier ausladen ja dann können wir hier alles weg machen ich weiß aber nicht ob wir das überhaupt müssen weil ich zu sein ok söldnerlager eine mittelschwerer am fisch an amphibische fernkampfeinheit magie aufheben und verlangsamung hydra im drei supply fernkampfeinheit beherrscht schleichendes gift beim tod erheben sich kleine hydrasio komm herr mein jung alles fernkampfeinheiten also meine beute an jedem etwas ja unsere boote werden jetzt glaube ich drauf gehen ich bin zur spurensuche bereit haupte wir wohl aber nicht wenn wir gemeinsame sache machen ach so die können im wasser ah ah die können ins wasser das ok ich verstehe deswegen amphibisch macht sinn aber eine irgendwer ist schon tot ok ja ok haut den turm weg bitte dieser dps von den turmen ist einfach disgusting durch das an nein meine beute jungen ops ja heilung dann noch eine wir holen uns ihn noch mal dazu jetzt weil einer gestorben ist ein so ich handle instinktiv hier können wir nicht rüber hier sind wir jetzt gefangen ok bin zur spurensuche bereit immer rein meine leute alter meine beute naht äh nein 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 könnt ihr jetzt mal bitte irgendwie außer reichweite stehen und schießen bro ich hab gesagt hierhin dann nicht ok btf immer rein ok da ist doch bestimmt was ob es immer hier durch und halt auch die xp ne die raten beute ich habe witterung aufgenommen aber nur von anderen seite hin ok ich handle instinktiv na und da sollten wir wahrscheinlich erstmal hier aufräumen bleiben links bitte ich habe sie raus ja ja bämm ok schön hier ist die piraten beute keiner kann hin jetzt 600 gold ok wir haben 14.000 das war jetzt nicht unbedingt so viel muss ich sagen geht das ohne gekillt zu werden danke ok na komm aber der eine schießt nicht warum auch immer schießt er wieder nicht ok das boot hier ok wenn wir angegriffen ja ja egal wir kriegen ja neue ok 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 so ähm all right und die mal weg bang das ist auch noch im turm klar das ist jetzt nicht so geil hier die position aufgenommen bin ich ehrlich what ach natürlich nein nicht darum unsere wege kreuz hier so danke mein gott fange allein ey So, das ist weggemacht. Okay, hier. Aha. Was liegt vor mir? Nee, hier. Okay. Hier sind noch ein paar Türme. So, vielleicht. Schießt ihr? Warum schießt ihr nur einer? Alter, ey. Bang. So. Ja, ab sie raus. Nein. Auf der Pirsch. Nein. Wie viel der Typ mit seinen. Oh Gott. Mit seinem, mit seinem Gewehr an Schiffen macht. Ha. Ja, natürlich Mischa. Ich habe Witterung aufgenommen. Oh. Ich habe hier gesagt, ihr sollt hier hin. Okay. Ah ja, okay, Rokan. Kein Problem. Hm. Warum schießt du wieder nicht? Alright. Hier ist das letzte Schiff. Wart einfach weiter. Ja. Fokus das. Jo. Und tschüss. Geil. Alright. Ich handle instinktiv. Oh. Die Blockade ist durchbrochen. Bemannt die Transportschiffe. Rasch. Wir müssen auf Ceramor landen und die Verteidigungsstellungen des Admirals vernichten. Ihr habt euch wacker geschlagen, Rexa. Ihr seid der geborene Anführer. In mancher Hinsicht erinnert ihr mich an Hölschrei. Habt Dank, Kriegshäugling. Jetzt bleibt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen die Zitadelle stürmen und Admiral Prachtmeer ein für allemal zur Strecke bringen. Okay. What? Achso. Ist das jetzt nur noch eine Mission oder was? What? Ah, das Spiel ist auch wieder verbuggt. Okay. Okay. Oh. Okay. Okay.